Moin Leute, herzlich willkommen auf unserem Kanal, Mathe leicht gemacht, mit dem neunten Video der Playlist Austauschprozesse. In den nächsten Videos in dieser Playlist wird es um langfristige Entwicklungen gehen, deswegen machen wir dieses Video, es ist ein Übersichtsvideo. Wir werden auf die wichtigsten Begriffe eingehen, speziell auf den Fixvektor, aber ihr seht, es sind noch andere Begriffe, das sind viele Synonyme dabei, aber wir bringen da die Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen und zeigen euch, worauf ihr auf jeden Fall achten müsst. Wir sollten alle die Übergangsmatrix kennen, das hatten wir bisher ja schon, wir haben das bisher immer so gemacht, wir haben eine Übergangsmatrix, können die mit einem Bestand oder mit einem Vektor multiplizieren und dann bekommen wir den folgenden Vektor oder den folgenden Bestand raus. Multiplizieren wir unsere Übergangsmatrix jetzt mit einem Fixvektor, andere Begriffe sind stabile Verteilung, stationärer Zustand oder stabiler Vektor. Das ist alles die gleiche Suppe, kann ich euch sagen, oder wie gesagt Synonyme in der Fachsprache, aber es bedeutet alles das Gleiche. Also diese Begriffe hier, die blau markiert sind, bedeuten alle das Gleiche. Normalerweise sagt man Fixvektor. Wenn wir jetzt, wie gesagt, unseren Fixvektor mit der Übergangsmatrix multiplizieren, kommt wieder der Fixvektor raus. Es ist so, dass ein Fixvektor ist ganz speziell für eine Matrix. Eine Übergangsmatrix kann einen Fixvektor haben, nicht zwei oder drei, nur einen. Es gibt auch Übergangsmatrixen, die haben gar keinen Fixvektor, aber in der Regel hat eine Übergangsmatrix einen Fixvektor. Und diesen Fixvektor rauszubekommen, das ist meistens sehr wichtig oder das Ziel. Wie man den berechnet, das erklären wir in den nächsten Videos. Jetzt zeigen wir euch aber nochmal einen ganz, ganz wichtigen Zusammenhang. Allgemein nochmal eine Formel. M ist für Übergangsmatrix mal V. V steht für Fixvektor. Es wird manchmal anders aufgeschrieben, aber meistens ist der Buchstabe V für Fixvektor reserviert. Und da kommt wieder gleich V raus, unser Fixvektor. Jetzt zeigen wir euch das Ganze nochmal anschaulich, was das überhaupt heißt, was das überhaupt bedeutet. Wir haben jetzt wieder drei Räume. Diese Räume hatten wir in den ersten Videos auch schon mal. Und in diesen Räumen sind jetzt irgendwie Mäuse verteilt. Das ist jetzt Raum 1, 2, 3. Und das sind die Wahrscheinlichkeiten, dass man vom Raum 1 in den Raum 2 wandert oder wie gesagt zwischen den Räumen hin und her wandert. Wir haben jetzt hier Mäuse verteilt. Ihr seht fünf Mäuse hier, eine da und zwei Mäuse da. Und nach einer gewissen Wahrscheinlichkeit, die halt in der Übergangsmatrix steht, verteilen die sich immer nach einer gewissen Zeit neu. Wichtig ist ganz am Ende die langfristige Entwicklung, das heißt nach ganz, ganz, ganz vielen Durchgängen, also ganz langfristig gesehen, wird es auf jeden Fall so sein, dass wir im Raum 1 vier Mäuse haben, in Raum 2 zwei Mäuse und in Raum 3 auch zwei Mäuse. Wieso ist das so? Das können wir uns beim Fixvektor ablesen. Wir sehen hier, in der ersten Zeile ist ja Raum 1, da steht 0,5. Das heißt, die Hälfte meiner Mäuse in diesem Fall, in diesem Fall sind das vier, werden auf jeden Fall in einem Raum 1 sein. Das sehen wir hier. Und der Rest ist halt ein Viertel und ein Viertel, 0,25, also ein Viertel und ein Viertel. Die anderen beiden Viertel teilen sich auf Raum 2 und Raum 3 auf. Es ist völlig egal, wie wir die Mäuse am Anfang verteilt haben. Wenn wir uns das langfristig angucken, deswegen ist ein Fixvektor ganz wichtig und speziell und eindeutig für eine Matrix, wenn wir uns das langfristig angucken, werden sich die Mäuse immer so verteilen, dass, wie gesagt, die Hälfte der Mäuse, in diesem Fall vier in Raum 1 sind und der Rest teilt sich auf Raum 2 und Raum 3 auf. Man kann den Fixvektor auch mit absoluten Häufigkeiten oder mit absoluten Zahlen schreiben. Wir sehen hier jetzt 4, 2, 2. Das kann ich auch genauso aufschreiben. Also es gibt Fixvektoren mit relativer Häufigkeit und mit absoluter Häufigkeit. Mit relativer Häufigkeit ist das immer eindeutig. Da ist halt die Spaltensumme 1, da sind ja Wahrscheinlichkeiten angegeben. Und bei der absoluten Häufigkeit, da ist halt die Gesamtmenge entscheidend. Welche Gesamtmenge habe ich? In diesem Fall habe ich 8 und dementsprechend habe ich hier 4, 2, 2. Ein anderes Beispiel noch, damit es wirklich klar wird. Wenn wir jetzt die Gesamtmenge 16 haben, insgesamt sind hier 16 Mäuse und ich habe hier so einen Strich gemacht. Hier so ein Strich. Insgesamt sollte hier gleich 16 rauskommen in Summe, wenn wir die Spalten einmal, also die eine Spalte miteinander addieren. Wenn wir jetzt 16 Mäuse haben, wissen wir auf jeden Fall, dass die Hälfte sich in Raum 1 aufhalten wird. Langfristige Entwicklung, also nach ganz, ganz vielen Durchgängen. Dann haben wir 4 in Raum 2 und 4 in Raum 3. Der Grund dafür ist unser Fixvektor mit relativen Häufigkeiten 0,5, 0,25, 0,25. Und wenn man den hat, kann man halt auch das mit absoluten Häufigkeiten schreiben. Mit absoluten Häufigkeiten kann der Fixvektor halt immer variieren, hängt halt immer davon ab, wie groß meine Gesamtzahl ist. Wichtig ist, das Verhältnis bleibt auf jeden Fall immer gleich und das Verhältnis kann man super bei den relativen Häufigkeiten ablesen. Das häufigste Missverständnis ist hierbei, dass man nicht weiß, dass man den Fixvektor mit absoluten und mit relativen Häufigkeiten angeben kann. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Wenn wir jetzt hier einen Fixvektor mit relativen Häufigkeiten haben, könnten wir den einfach mit 16 multiplizieren, weil es ja 16 Mäuse waren. Und dann kommen wir auf den Fixvektor mit der absoluten Häufigkeit. Das ist wichtig, dass ihr das immer im Hinterkopf behaltet. Bei der relativen Häufigkeit ist es ganz praktisch, da können wir einfach mit irgendeiner Zahl multiplizieren, weiß ich nicht, 16, 32 Mäuse oder wie viele Mäuse auch immer. Und wir kommen immer jeweils auf die absolute Häufigkeit. Im nächsten Video bleiben wir bei der langfristigen Entwicklung und schauen uns die Grenzmatrix an und vor allem auch die Zusammenhang zum Fixvektor. Das wird ganz wichtig sein für euch, also bis gleich. Ciao. Ciao. Andere Begriffe für Fixvektor sind stabile Verteilung oder stationärer Zustand oder stabiler Vektor. Das ist alles die gleiche Suppe. Können wir das sagen? Nee, ne? Können wir das sagen? Ich mache es auch nicht. Das mache ich ja, ne? 2003 Burden iTunes 5 18 15